Bei Let's Dance kann man beim Zuschauer-Voting für sein persönliches Favoriten-Tanzpaar abstimmen. Doch das System um die Eliminierung hat Schwächen. Sogar Manipulationsvorwürfe wurden schon erhoben. Nicht nur die Fachjury entscheidet bei Let's Dance, wer in die nächste Runde kommt und wer rausfliegt. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer haben einen Einfluss darauf, welches Tanzpaar in der nächsten Live-Show erneut antreten darf. Doch wie läuft die Let's Dance-Punkte-Vergabe eigentlich ganz genau ab? Und wieso gibt es beim Telefon-Voting immer wieder kleinere und größere Pannen? Wie funktioniert die Punkte-Vergabe bei Let's Dance? In den Live-Shows bewerte zunächst die dreiköpfige Jury, bestehend aus Joachim Jambi, Mozi Mabuse und Jorge Gonzalez, die Leistung der Promi-Profi-Paare. Dafür vergibt jeder Juror Punkte zwischen 1 und 10. Die drei Einzelbewertungen werden dann zu einer Gesamtpunkte-Wertung der Jury zusammengezählt. Aus dieser Wertung ergibt sich dann eine Rangliste. Das Paar mit der niedrigsten Wertung erhält einen Punkt, das vorletzte zwei Punkte und so weiter. Dann sind die Let's Dance-ZuschauerInnen an der Reihe. Zu Beginn der Show wird jedem Tanzpaar eine Endziffer zugewiesen. Per Anruf, SMS oder über das kostenlose Online-Voting auf winario.de kann das Publikum dann für seinen Favoriten oder seine Favoritin abstimmen. Wenn das Voting beendet ist, werden den Tanzpaaren erneut Ranglistenpunkte zugewiesen. Das Paar mit den wenigsten Stimmen erhält einen Punkt, das Duo mit den meisten Anrufen etc. erhält die Top-Wertung. Am Ende werden dann die Punkte aus diesen beiden Bewertungssystemen dann zusammengezählt. Das Paar mit der niedrigsten Gesamtpunktzahl ist raus. Oder im Fall des Finales, wer die höchste Gesamtpunktezahl hat, gewinnt die Show. Wichtig zu wissen, landen zwei Tanzpaare am Ende bei drei Gesamtpunkten, setzt sich das Duo durch, das beim Publikum die Nase vorn hatte. Wer also nur einen Jury-Ranglistenpunkt hat, dafür aber aus dem Zuschauer-Voting mit zwei Punkten hervorging, gewinnt gegen ein Paar, das beim Publikum auf dem letzten Platz gelandet ist, von der Jury aber stärker bewertet wurde, und daher zwei Ranglistenpunkte seitens der Jury ergattert hat. Let's Dance – Voting Wie lange sind die Leitungen offen? Da die Promis und ihre jeweiligen Profis natürlich nicht alle gleichzeitig tanzen können, sondern nacheinander auftreten, stellt sich die Frage, ob das erste Paar einen Vorteil hat. Immerhin verhilft ein Auftritt zu Beginn der Show quasi zu einer längeren Anrufzeit. Ganz so einfach ist es aber nicht. Die Anrufleitungen sind nämlich bereits ab dem ersten Tanz des Abends für alle verbliebenen Kandidaten geöffnet. Unterdessen haben sie während der gesamten Live-Sendung die Möglichkeit, selbst für ihre N-Favoriten oder Favoritin abzustimmen, um den Ausgang von Let's Dance entscheidend mitzugestalten, heißt es af der Website desvinario.de. Die Endziffern aller Tanzpaare werden vorab eingeblendet, sodass man beispielsweise schon für Malika Chumef und ihren Promi anrufen kann, obwohl bislang erst Ekaterina Leonova und ihr Tanzpartner aufgetreten sind. Let's Dance – Immer wieder Voting-Pannen und Manipulationsvorwürfe So ganz trauen die Let's Dance – Zuschauerinnen und Zuschauer dem Telefon-Voting aber nicht über den Weg. An dem Punkte – Voting-System sollte mal was geändert werden. Höhere Gewichtung der Jurypunkte Forderte beispielsweise eine Social-Media-Nutzerin, nachdem es 2023 Ungereimtheiten bei einer Abstimmung gegeben hatte. Auch 2021 gab es einen Aufschrei, nachdem es im Halbfinale zu einer Anrufpanne gekommen war. Manche ZuschauerInnen, die unter der Endziffer 03 für Ex-Kicker Rurik Gislason angerufen hatte, hörten im Anschluss nämlich plötzlich die Stimme von dessen Konkurrentin Valentina Pade. Hashtag RTL Hashtag Let's Dance – Mit den Telefonnummern stimmt nix. Unter Endnummer 03 ist nicht Rurik, sondern Valentina, oder, at RTL de, wenn man für Rurik anrufen will, bedankt sich Valentina. Hashtag Let's Dance – machten die Fans ihrem Ärger im Netz Luft, weil sie fürchteten, ihre Stimme für den Fußballer könne versehentlich an die GZSZ-Schauspielerin gegangen sein.